Guten Morgen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem zweiten Food Diary. Erstmal noch herzlichen Dank, dass das erste bei euch so super angekommen ist. Das motiviert einen doch gleich umso mehr weiter zu drehen. Und hier ist also das nächste Food Diary. Bei mir gibt es zum Frühstück Kürbiskernbrot mit Millrahm Kräuterquark. Und ein Kaffee. Es ist Mittag und es gibt bei mir ein Smoothie. Tatsächlich nur einen halben. Ich habe mich heute irgendwie in der Menge vertan. Da immer wieder alle fragen, was ich denn da so rein mache. Kann ich mal extra wieder zu machen, aber hier ist jetzt drin eigentlich meine Basis für immer. Spinat, Äpfel, Banane, Himbeeren, Gerstengraspulver, Antioxidantien. Kurkuma. Und das war es glaube ich heute, ja. Ich mache kurz Pause und jetzt gibt es bei mir als Zwischensnack sozusagen Haferkekse. Die sind aus dem Netto und sind wirklich super super lecker. Ihr hört, die Lady ist auch schon zu Abendbrot im Hintergrund. Bei mir gibt es jetzt ja Kartoffelscheiben, ein Schnitzel Wiener Art und Kohlrabi in heller Soße und ein bisschen Senf dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Frühstück und es gibt bei mir Joghurt mit Birne, Kokosraspeln und Chiasamen. Und mein Kaffee ist schon leer. Bei mir ist jetzt Mittagessen angesagt. Es gibt eine Smoothie Bowl. In der Bowl sind Bananen, Mangos, Äpfel, Himbeeren, Spinat, Feldsalat, Datteln, Kurkuma und ich glaube das war es. Dann haben wir oben drauf noch Himbeeren, Paranüsse, Äpfel, Chiasamen und Kokosraspeln. Abendbrotzeit. Bei mir gibt es eine Blätterteigtasche mit Spinat und Lachs und ein Salat dazu. Der Salat besteht aus, lasst mich überlegen, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat, Knoblauchkrotik, Tons, Schnittlauch, das Dressing ist ein ganz normales Essig-Öldressing und oben ist noch ein bisschen Balsamico-Essig-Creme drauf. Und dazu gibt es einen Tee und zwar einen Brownie-Tee. Guten Appetit! Guten Morgen! Nein, der Teller ist nicht dreckig. Ich weiß nicht, was meine Spülmaschine aktuell mit meinen Tellern macht. Bei mir gibt es nur schnell ein liebloses Brötchen. Und ja, mein Kaffee ist schon fast leer. Wir haben so schönes Wetter draußen. Das genieße ich gerade total. Ich habe es aber etwas eilig. Ich zeige es euch mal. Schaut euch das mal an. So schönes Wetter. Ja. Mittagessen. Ich habe gerade Sport gemacht. Bei mir gibt es jetzt einen Protein-Shake und eine Banane. Es ist Abendbrotzeit. Bei mir gibt es heute Stir-Frame. Und zwar aus Brokkoli, Tofu, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Sesam und unten drunter ist Reis. Frühstück. Guten Morgen. Ja, bei mir gibt es heute Knäckebrot, Quinoa-Knäckebrot mit Käse. Ich habe gerade Sport gemacht. Jetzt gibt es bei mir einen Joghurt mit Kiwi, Bananen, Kokosraspeln und Chiasamen. Bei mir ist mal wieder Abendbrotzeit. Es gibt bei mir einen Salat mit verschiedenen Blattsalaten. Hartkäse und Croutons. Und dazu gibt es einfach ein Knoblauch-Baguette. Mittagessen. Zum Mittag gibt es bei mir einen Joghurt mit Bananen und Äpfeln und Chiasamen und Kokosraspeln und einen Kaffee. Ich sitze immer noch am Rechner und schneide ein Video für euch. Und in der Zwischenmahlzeit gibt es diesmal nicht die normalen Reiswaffeln, die ich sonst habe, sondern Dinkelwaffeln. Aber wieder von Alnatura. Bei mir ist Abendbrotzeit und bei mir gibt es heute Resteessen. Einmal noch das Stückchen Baguette, was über war. Eine Zucchini einfach angebraten. Ist etwas dunkel geworden. Keine Ahnung, was da heute passiert ist. Und ein Tofu-Schnitzel in Sesam, Kokos, Parmenade und ein Wasser. Ja, guten Appetit. Ich bin gerade zurück und habe mir jetzt einfach einen Fertig-Couscous-Salat mitgenommen, da ich übelst Hunger habe gerade. Da ist drin Petersilie, Paprika, Gurke, Spitzpaprika und nebendran Tzatziki. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich mache gerade meinen Haushalt und mache gerade ein bisschen Pause und muss kurz was essen. Ich habe letztens diese Cookies entdeckt. Die sind wirklich, wirklich gut. Die sind aus Hafernuss und Kokosnuss und mit Früchten und ein bisschen Schokolade. Die sehen so aus. Also guter Ersatz für normale Kekse, für zwischendurch. Und ein Cappuccino, ja, der ist schon fast leer. Ich habe vergessen, für euch zu filmen. Hallo, Abendbrotzeit. Es gibt bei mir Kartoffeln in Kräuter angebraten und Dillhering und als Nachtisch einen Apfel. Das sind so Dinge, die früher meine Eltern gegessen haben und ich habe es immer verweigert. Fragt mich nicht, warum ich jetzt sowas kaufe. Erst recht, weil es in Sahnesoße ist. Ich mochte es nie, fange aber irgendwie an, auf einmal Dinge zu essen, die ich früher überhaupt nicht mochte. Naja, und es musste jetzt auch schnell gehen. Ja, so sieht es aus. Mal sehen, ob ich es heute mag oder ich befürchte eher nicht. So, also Dillhering wird nun wirklich nicht mein Lieblingsessen. Ich gucke jetzt noch Prussian Break und mache es mir gemütlich. Und ja, jetzt gibt es noch einen Apfel und zwei Möhren. Frühstück. Bei mir gibt es Himbeeren mit Joghurt, ein paar Paranüsse und ganz vielen Kokosraspel. Yummy! Heute ist Sonntag und ich möchte einer, ich sag mal, alten Tradition heute mal wieder nachgehen. Und deswegen habe ich mir ein Stückchen Rübli gegönnt. Und dazu trinke ich einen Brownie-Tee. Abendbrotzeit. Draußen ist es kalt und deswegen gibt es bei mir Chili con carne und dazu eine Scheibe Kürbis-Kernbrot. Und damit ist die Woche auch schon wieder rum. Und das Food Diary somit beendet. Ich hoffe, es hat euch wieder so gut gefallen wie das letzte Mal. Es wird wieder, ja, Ende nächsten Monats das nächste geben. Und Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr mehr sehen wollt, was auch immer, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich bin immer offen für Kritik. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Finnchen. Tschüss.